so ihr lieben herzlich willkommen wieder einmal bei jens von minga gaming weiter geht's heute mit unserem let's play von der karriere von mike minga in tennis world tour 2 ein projekt was ich sehr gerne auf dem kanal mache und was auch immer wieder gerne geschaut wird so im schnitt kommen ja hier die folgen von mir nagelt mich nicht darauf fest so alle drei bis sechs tage also von einer pro woche könnt ihr eigentlich im schnitt mindestens ausgehen so ihr seht es wimbledon ist am start ich darf daran teilnehmen das werde ich natürlich machen mein zweites großes turnier nach den french open vielleicht habt ihr die letzte folge gesehen und dann gehen wir mal rein hier gegen den ukrainer etan gasper ich weiß jetzt nicht ob das ein typisch ukrainischer name ist ich würde jetzt mal fast sagen nein ich habe meine ersten erfahrungen jetzt schon mit fünf sterne turnieren gemacht müsst ihr einfach mal die letzten ein zwei folgen reinschauen aber im endeffekt um besser zu werden für mich eigentlich genau die richtige übung und das möchte ich jetzt auch annehmen habe zwischen french open also dem letzten video und jetzt wimbledon mein erstes großes turnier ach wo sind eure wo ist eure ausrüstung was ist denn das oder steht ihr schon am platz wird hier im wimbledon hingetragen ist aber nett ja ihr seht es schon hier anhand der werte das scheint mir fast utopisch zu sein wie gesagt ich wollte eigentlich sagen dass ich die ausrüstung bei mir noch mal doch ganz gut verbessert habe habe in einige bessere schläge investiert mit besseren werten besseren rahmen und so weiter und so fort müsste jetzt zumindest vielleicht drei vier prozente sag ich mal besser sein als davor okay habe ja im letzten video mein erstes großes tennis spiel überhaupt gespielt gegen einen großen namen des internationalen tennis gegen alexander zverev war super cool hat richtig spaß gemacht wie gesagt mir macht der karrieremodus sehr viel spaß deswegen werde ich ihn auch weiterhin bedienen ist ja auch immer auch natürlich eine zeitfrage weil ich mittlerweile gerne live streams mache von diversen spielen und dann schaue dass ich daraus auch let's place sozusagen generiere dann habe ich einmal den aufwand und doppelt content aber wie gesagt das tennis spiel hier das gibt es weiterhin als let's play auf unserem kanal und da muss sich kein tennis fan sorgen machen möchte irgendwann mal nummer eins werden ja gut so wird das nix aber wie gesagt ihr hattet ja schon die gegner beziehungsweise habt ja schon gesehen gehabt was der für werte hat das ist schon ah schade der slice war eigentlich guter eine gute idee muss ich sagen ah ich setze die bälle zu schnell ins aus zu einfache fehler definitiv zu einfache fehler und das kann mich natürlich dann auch relativ schnell so ein match kosten aber wie gesagt das ist jetzt für mich glaube ich erst einmal unter erfahrung sammeln abzubuchen schön geslice aber der geht wieder ins aus 0 30 also wir kommen eigentlich schon in die sphären wo der erste satz auf der kippe steht für mich stark ich bin der letzte egal welches sportspiel der meckert wenn der gegner irgendwas gutes fabriziert hat ja der war schön aber da wollte ich eigentlich auch hinten rechts den ball platzieren und das ist mir nicht gelungen wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt und insofern natürlich jetzt der drohende aufschlag verlust beziehungsweise der aufschlag verlust auch meine meine ausdauer aber ich glaube das hängt auch mit meiner müdigkeit zusammen ich habe das turnier vor dem turnier eine müdigkeit von 15 prozent gehabt das ist schon gefährlich auch im hinblick auf eine möglichen verletzung also nach wimbledon egal wie weit ich komme werde ich erst mal eine ruhepause einlegen das weiß ich jetzt schon egal wie attraktiv das nächste turnier sein mag und das macht auf jeden fall spaß auch der war schön platziert komme ich nicht rein da komme ich nicht ran natürlich bin ich an der stelle hier schon ein bisschen enttäuscht ah schade war eigentlich die richtige idee den da raus zu slicen dann war schon gut komme ich nicht ran ich komme an diese bälle einfach nicht ran 40 love das ist natürlich jetzt der satzball und ich muss mich auf den zweiten satz konzentrieren aber mit blick auf meine ausdauer habe ich natürlich da jetzt ehrlicherweise wenig hoffnung denn mit stand tennis den gegner zu besiegen und nicht so viel zu sprinten und so zu den bällen das wird als taktik nicht funktionieren und da komme ich nicht ran und folgerichtig das war hier mit dem ersten satz und natürlich den klaren satz gewinnen ich versuche einfach mein bestes ja mir fehlt die präzision ich glaube schon dass das daran liegt dass auch dass ich auch eine relativ hohe ermüdung jetzt schon habe hätte mich vielleicht gegen wimbelten entscheiden sollen aber ich wollte einfach diese erfahrung machen mit dem tolier ihr seht selbst hier gelingt mir nicht der schlag ins rechte eck und da komme ich nicht dran ich wiederhole mich das weiß ich aber muss man einfach so nehmen wie es jetzt ist hilft ja alles nichts 1 0 für den gegner schade ja endlich mag blöd klingen aber ich habe gesehen dass so ein punkt doch mal gegen eine ki dieser stärke möglich ist das gibt mir wieder ein bisschen äh ja selbstvertrauen für dieses menschen das match natürlich nicht mehr aber ich war bis eben schon so ein bisschen der meinung Mensch gibt es überhaupt Chancen hier gegen den gegner auf dem niveau Punkt zu machen und das hat natürlich jetzt dieser punkt dann auch eindrucksvoll bewiesen das passt also soweit ach ich komme an diese schnellen bälle nicht ran kass wir nähern uns langsam aber sicher dem satz und damit matchball für den gegner wie gesagt langsam boah der war schön der war schön und komm nein ich sage jetzt nicht dass ich an den ball nicht rankomme 40 15 das ist dann halt so den ball will ich dann jetzt doch mal die ball has called out game ach Passierball ins lange Eck besser kann man den nicht spielen ja na bitte bisschen geht doch noch aber ich habe in der karriere doch noch bisschen was zu tun und das gefällt mir eigentlich auch ich bin ja jetzt im zweiten jahr meiner karriere und finde das eigentlich ganz cool ist die motivation natürlich da mit training mit turnieren weiter in der rangliste aufzusteigen schade 15 30 schade hätte ich fast 30 15 gehabt wäre schon mal ein kleiner meilenstein gewesen 15 40 und zwei match bälle für gasper perfekt getroffen vom gegner perfekt getroffen keine ahnung wann ich mal dieses niveau erreiche das ist aktuell noch zu viel aber ich habe meine meine erfahrung gemacht und nehme hier trotz alledem erfahrung mit natürlich auch wieder preisgeld als antritts geld in dem fall für die erste runde in wimbledon sozusagen und denke das ist schon eine schöne sache ja das turnier mache ich natürlich nicht das zwei sterne turnier mache ich auch nicht ich werde mir jetzt erst einmal eine ruhephase gönnen denn 20 prozent das ist eigentlich schon sehr sehr viel die ruhephase haben wir uns gegönnt jetzt könnte ich mal schauen was es jetzt hier noch an turnieren gibt auch die beiden sind für mich erst einmal nicht wirklich interessant wobei man sagen könnte das zwei sterne turnier könnte man durchaus spielen um vielleicht mal wieder ein paar punkte für die rangliste zu sammeln aber gut das sind alles dinge die ich dann bei der nächsten folge entscheide vielleicht überge ich das auch komplett und zeige euch dann ein anderes turnier was mich interessiert ich sage wieder einmal danke dass ihr reingeschaut habt freue mich über einen daumen freue mich über nette kommentare von euch und wer den kanal noch nicht abonniert hat ich freue mich auch über ein kostenloses abo von euch damit ihr auch weitere folgen unter anderem auch von diesem format nicht verpasst natürlich auch von vielen anderen spielen die wir auf dem kanal haben dankeschön fürs reinschauen schaut euch mal um bis zum nächsten mal euer jens von minga gaming